Die schwere Tasche über der Schulter und die Jacke schützend über den Kopf haltend sprang Gaspar über die Pfützen und verfluchte den sturzbachartigen Regen. An der Kreuzung Rue du Cherchmidis besserte die Auslage eines Weingeschäfts seine Laune sofort. Le Rouge et le Noir. Bevor er eintrat, vergewisserte er sich, dass kein Kunde im Laden war. Da er genau wusste, was er wollte, hielt sich das Gespräch mit dem Eigentümer in Grenzen. Bereits zehn Minuten später brach er, beladen mit einer Kiste erlesenster Weine, auf. Gevray, Chambertin, Chambol-Muccini, Saint-Esteve, Margaux, Saint-Julien. Der Alkohol. Alkohol war das einfachste Hilfsmittel, um die Bruchstellen seines Lebens abzudichten und die Tragik zu verringern. Ein Verbündeter, der ihm half, seine Existenz einige Fragmente der Sorglosigkeit abzuringen. Mal Freund, mal Feind, diente er ihm als Schutzschild, der die Gefühle auf Distanz hielt, als Kettenhemd, das ihn gegen die Ängste schützte und als bestes Schlafmittel. Gaspar war hellsichtig. Er wusste, es war nicht auszuschließen, dass der Alkohol am Ende gewinnen würde. Er hatte sogar eine sehr präzise Vorstellung von der Art und Weise, wie sich das abspielen könnte. Es würde ein Tag kommen, an dem ihm das Leben so unerträglich wäre, dass er es nicht mehr nüchtern in Angriff nehmen konnte. Das Bild seines eigenen Leichnams, der in seinen alkoholisierten Abgründen untergegangen war, ging ihm durch den Kopf. Eine albtraumartige Vision, die er eilig verscheuchte, als er ein leuchtend blau gestrichenes Tor erreichte. Die Weinkiste unter einen Arm geklemmt, tippte Gaspar die vier Zahlen des Codes ein, der den Zugang zur Allee Jean-Ébüterne schützte. Sobald er in die kleine Sackgasse trat, entspannte sich etwas in seinem Inneren. Einen langen Augenblick blieb er stehen und betrachtete ungläubig die Pflanzenvielfalt dieses geradezu ländlich wirkenden, baumbestandenen Durchgangs. Hier schien die Zeit langsamer als anderswo zu verstreichen, als würde er sich in einer anderen Welt befinden. Am Ende des Weges erhob sich schließlich eine gewagte Konstruktion aus geometrischen Formen. Ein Kubus aus Stahlbeton, eingerahmt von einem Fries aus schachbrettartig angeordneten, roten und schwarzen Ziegelsteinen, durch dessen Fassade sich ein breiter Glasstreifen zog. Über der Tür eine schmiedeeiserne Inschrift. Cursum Perficio. Der Name des letzten Hauses von Marilyn Monroe. Gaspar folgte Karens Instruktionen, gab einen weiteren Code ein, woraufhin sich die Stahltür mit einem leichten Klicken öffnete. Neugierig trat Gaspar direkt in den Salon. Er sah nicht so aus wie auf den Fotos, er war viel beeindruckender. Auf geniale Art war das Haus um einen rechteckigen Innenhof mit einer ellfförmigen Terrasse angeordnet. Verdammt! Murmelte er tief beeindruckt von der Eleganz des Hauses. Die Anspannung, die sich in den letzten Stunden aufgestaut hatte, fiel von ihm ab. Es war, als befände er sich hier in einer anderen Dimension, einem Ort, der zugleich vertraut und tröstlich wirkte. Er öffnete die Glastür, trat auf die Terrasse, stützte sich auf die Balustrade und erfreute sich am Gesang der Vögel und dieser ländlich anmutenden Atmosphäre. Ein leichter Wind wehte, aber die Luft war mild und die Sonne schien ihm ins Gesicht. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte Gaspar. Um seine Ankunft zu zelebrieren, würde er eine Flasche von diesem Gévrier-Chambartin öffnen und sich ein Glas gönnen, das er genüsslich … Ein Geräusch riss ihn aus seinem Glücksgefühl. Da war jemand im Haus, vielleicht die Putzfrau oder der Hausmeister. Er kehrte in den Salon zurück, um sich zu vergewissern. Und plötzlich stand ihm eine Frau gegenüber, nackt, bis auf ein Badetuch, das sie sich um die Brüste geschlungen hatte und das bis zu ihren Oberschenkeln reichte. »Wer sind Sie und was machen Sie hier bei mir?«, fragte er. »Genau diese Frage wollte ich Ihnen auch gerade stellen«, erwiderte sie. Die Theorie von den 21 Gramm »Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, was Sie mir vorwerfen, Mademoiselle Green.« Die silbergraue Mähne, stolz in den Nacken geworfen, erweckte Bernard Benedicke den Eindruck, als halte er Wache vor dem großen monochromen Gemälde, das in seiner Galerie an der Rue Faubourg Saint-Honoré ausgestellt war. Das Gestell der großen Le Corbusier-Brille betonte die obere Hälfte seines Gesichts. Die runden Augen funkelten lebhaft hinter den Gläsern. »Die Anzeige auf der Website ist irreführend«, wiederholte Madeline mit erhobener Stimme. »Es war keine Rede davon, dass es sich um eine Mietgemeinschaft handelt.« Der Galerist schüttelte den Kopf. »Das Haus von Sean Lawrence wird auch nicht als solche angeboten«, versicherte er. »Sehen Sie doch selbst«, erregte sich Madeline und reichte ihm zwei ausgedruckte Blätter, ihren eigenen Vertrag und den, den ihr Gaspard Coutons gezeigt hatte, als sie ihm vor einer Stunde beim Verlassen des Badezimmers plötzlich gegenüberstand. Benedicke griff nach den Papieren und überflog sie, schien allerdings auch nichts zu begreifen. »Anscheinend liegt da tatsächlich ein Irrtum vor«, gab er schließlich zu und rückte seine Brille zurecht. »Wahrscheinlich handelt es sich um einen Fehler bei der Online-Buchung, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht viel davon.« Die Miene des Galeristen verfinsterte sich. »Ich hätte das Haus nicht vermieten dürfen. »Lawrence macht mir das Leben sogar noch aus dem Grab heraus schwer«, brummte er, offensichtlich wütend auf sich selbst. Dann seufzte er gereizt. »Wissen Sie was«, entschied er schließlich, »ich gebe Ihnen das Geld zurück.« »Ich will kein Geld. Ich will das, was abgemacht war. Allein in dem Haus wohnen.« »Na gut, dann zahle ich eben diesen Monsieur Coutons aus. Sollen wir ihn anrufen?« »Sie werden es nicht glauben, aber er hat kein Handy.« »Schön, dann übermitteln Sie ihm mein Angebot.« »Ich habe ihn nur fünf Minuten getroffen, und er scheint nicht gerade umgänglich.« »Das Gleiche könnte man von Ihnen behaupten«, entgegnete Benedikt und reichte ihr eine Visitenkarte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie mit ihm gesprochen haben. Und wenn Sie sich in der Galerie ein wenig umsehen wollen, habe ich Zeit, ihm ein paar Zeilen zu schreiben, um mich zu entschuldigen und ihm eine Entschädigung anzubieten.« Madeleine schob die Karte in die Tasche ihrer Jeans und wandte sich ab, ohne sich zu bedanken, denn sie hatte größte Zweifel daran, dass die Zeilen des Galeristen etwas bei diesem Coutons ausrichten könnten, der ganz offensichtlich ein aggressiver, halsstarriger Grießkram war. Es war Mittagszeit, und da keine Besucher in der Galerie waren, warf Madeleine einen Blick auf die Bilder. Anscheinend war Benedikt auf urbane und zeitgenössische Kunst spezialisiert. Im ersten Raum hingen nur großformatige Gemälde, die alle mit der Bildunterschrift ohne Titel versehen waren. Monochrome Flächen, einfarbige Felder, von Schnitten durchzogen und mit rostigen Nägeln gespickt. Der zweite Raum hingegen war von leuchtenden Farben und Energie erfüllt. Die Werke, die hier präsentiert wurden, waren eine Mischung aus Graffiti und asiatischer Kalligrafie. Mit zweifelnder Miene betrat sie dennoch den letzten Raum, in dem verschiedene Kunstwerke präsentiert wurden. So ein Quatsch, dachte sie, blieb aber trotzdem vor einer Reihe von aufblasbaren Skulpturen in Phallusform und grellen Farben und vor aus rosa Kunstharz gegossenen Pornomangas stehen. Gefällt es ihnen? Madeleine zuckte zusammen und drehte sich um. In ihre Betrachtung vertieft, hatte sie Bernard Benedikt nicht kommen hören. Ich verstehe nichts davon, aber auf den ersten Blick ist das nicht mein Ding. Und was ist dann ihr Ding? fragte der Galerist belustigt und reichte ihr einen Umschlag, den sie ebenfalls in die Tasche ihrer Jeans schob. Matisse, Brancusi, Nicolas de Stael, Giacometti. Ich stimme ihnen zu, diese Werke haben nicht dieselbe Genialität, erklärte er lächelnd und deutete dabei auf den bunten Wald von erregierten Penissen. Aber sie werden lachen, das verkauft sich im Moment am besten. Madeleine sah ihn zweifelnd an. Haben sie auch Arbeiten von Sean Lawrence? Die bislang juwiale Miene des Galeristen verschloss sich. Nein, leider nicht. Lawrence hat nur wenig gemalt. Man findet seine Werke heute kaum noch, und wenn, dann sind sie unbezahlbar. Wann genau ist er gestorben? Vor einem Jahr. Er ist nur 49 Jahre alt geworden. Etwas früh, um diese Welt zu verlassen. Benedikt pflichtete ihr bei. Sean hatte seit langem Herzprobleme und bereits mehrere Bypässe. Waren Sie der Einzige, der seine Werke verkauft hat? Ich war der Erste, der ihn ausgestellt hat, aber vor allem waren wir Freunde, auch wenn wir uns oft gestritten haben. In welchem Stil malte Lawrence? Keinem Bestimmten. Lawrence ist eben Lawrence. Naja, aber so ungefähr. Benedikt kam regelrecht in Fahrt. Sean kann man nicht zuordnen. Er gehörte keiner Schule an und war nicht an einen Stil gebunden. Wenn man ihn mit dem Film vergleichen will, fiele mir als erstes Stanley Kubrick ein. Ein Künstler, der ganz unterschiedliche Meisterwerke erschaffen hat. Madeleine nickte. Eigentlich hätte sie gehen und sich um die Sache mit ihrem unerwünschten Mitbewohner kümmern müssen. Doch irgendetwas hielt sie hier zurück. Nachdem sie das Haus des Malers gesehen hatte, wollte sie mehr über ihn erfahren. Gehört Lawrence Atelier jetzt Ihnen? Sagen wir, ich versuche es vor seinen Gläubigern zu retten. Ich bin sein Erbe und sein Testamentsvollstrecker. Seine Gläubiger? Sie haben doch gerade gesagt, dass seine Bilder unbezahlbar sind. Das stimmt auch. Aber seine Scheidung ist Ihnen teuer zu stehen gekommen und er hat seit Jahren nicht mehr gemalt. Warum? Wegen seiner Krankheit und persönlicher Probleme. Welche Probleme? Sind Sie von der Polizei? fragte Benedikt gereizt. Ganz genau, antwortete Madeleine lächelnd. Tatsächlich? Ich war früher Polizistin, bei der Kripo Manchester und dann in New York. In welchen Fällen haben Sie ermittelt? Sie zuckte mit den Schultern. Mord, Entführungen. Benedikt kniff die Augen leicht zusammen, so als hätte er plötzlich eine Idee. Er sah auf seine Uhr und deutete dann auf das italienische Restaurant auf der anderen Straßenseite, das mit seiner schwarzen Fassade und den vergoldeten Zierleisten an das Segel eines Piratenschiffs erinnerte. Mögen Sie Saltimbocca? fragte er. Ich habe in einer Stunde einen Termin, aber wenn Sie mehr über Sean erfahren wollen, lade ich Sie zum Mittagessen ein. und lade ich Sie zum Mittagessen ein. Und dann auch in der Schrecke von Tuna-Gü ifstart. Vielen Dank.